Moin Leute, was geht ab und willkommen zu Mario Kart 8 Deluxe und ja, willkommen zum neuen Let's Play würde ich mal sagen, auch wenn es nicht so aussieht, ich habe vor hier den gespiegelten Modus zu spielen, wäre es gedacht und hier habe ich immer noch nicht hier alle Sterne, werde ich vielleicht noch im Laufe des Projekts hier machen, aber ich habe vor den gespiegelten Modus auch noch zu spielen und danach noch den 200er CCM Modus. Und wir legen gleich mal los mit dem Pilzkapp. Ja, das, äh, das, Alter, jetzt muss ja auch noch ein Tischtennisball runterfallen, ich hoffe, das hat man jetzt hier ganz lautstark gehört, sodass man meine Stimme nicht hören kann. Aber gut, ja, man muss sagen, damals, als ich Mario Kart 8 den normalen 150 CCM Modus gespielt habe, da war ich noch im Stimmbruch. Da habe ich mich so behindert angehört und da sind die Projekte noch nicht wirklich flüssig gelaufen, halt von den Parts her hat es immer ewig gedauert, bis der nächste kam und das war einfach schrecklich. Vielleicht werde ich mich entscheiden irgendwann den Scheiß nochmal zu machen, weil da habe ich sogar noch Mario Kart auf der Wii U gespielt, dann bin ich auf die Nintendo Switch Version dorthin, also habe ich da zugegriffen und, ja, war eigentlich ganz schön da. Ja, aber als ich auf der Wii U gespielt habe, noch in meinem anderen Zimmer, ich glaube, da hat es sogar teilweise geheilt oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall war es nicht so, wie man es heute erwartet. Da war ich auch so leise, Alter, ich bin so kacke gerade, aber gut, die Gegner sind auch gerade ziemlich beschissen. Und, ja, ich wollte den Cup hier auch, also den Cup und die anderen Cups hier alles machen und, ja, das noch nebenbei zu Super Mario Odyssey noch beilegen, weil ich habe vorgenommen, dieses Projekt mit Odyssey, also mit Super Mario Odyssey ungefähr gleich zu bringen. Klar, es werden, wobei es könnte, 16 Parts sollten dabei rauskommen und ich sehe schon ein blauer Stachipanzer, okay, aber da wird eh nichts mehr ausrichten können. Alter, das wäre es, wenn ich jetzt noch hier verliere. Ja, beim letzten Mal habe ich es so gemacht, dass ich dann bis auf die letzten zwei Cups, die ich euch gezeigt habe, dass ich dann die ganzen Cups dann nachhole, privat durchspiele dann und, ja, normalerweise schneide ich auch immer, wenn ich nichts zu sagen habe hier. Also, wenn hier geladen wird, aber, wenn ich was zu sagen hatte, dann habe ich es nicht weggeschnitten. Ja, als ich es wegschneiden konnte, weil es gab sogar eine Zeit, wo ich Mario Kart aufgenommen habe, wo ich noch kein Schneideprogramm hatte. Auch wenn das alles abgefilmt ist, ich weiß, das werden auch neue dann wieder hier schreiben, das ist abgefilmt, richtig scheiße, das ist bei Domtendo nicht so rund, halt die Fresse. Ja, wie oft ich einfach Domtendo als Beispiel nutze. Naja, egal. Egal, das Item habe ich jetzt mal nicht bekommen, aber da hinten wird uns da eh eins wieder in den Arsch geschoben. Damals war ich auch noch wesentlich netter von der Umgangsweise. Da habe ich nicht, ey, was ist denn das für eine Scheiße, da habe ich noch ganz höflich geredet. Wie konnte ich das damals noch aushalten? Ohne Rages. Ja, okay. Heute wäre das ja auch kaum mehr vorstellbar. Ich rede gerade über mein altes Ich, Alter, das war so ein grausames Ich. Vor allen Dingen mit der Stimme. Alter, die war ja mal sowas von behindert. Neulich hat jemand noch unter meinem Video geschrieben, dass ich so klinge, wenn ich krank wäre. Das bin ich ja immer. Nein. Aber als ob ich mich so anhören würde, wenn ich krank bin. Ich weiß, dann bin ich zwar auch ein bisschen leise. Und ein bisschen höflicher. In der Regel zumindest. Aber trotzdem, als wenn. Scheiße, das ist jetzt nicht gut, wenn da jetzt 100 Betrugs-Items kommen. Hier wurde ich sogar auch mal getroffen von dieser Scheißmaschine. Nein. Die überholt mich jetzt nicht. Die überholt mich jetzt nicht. Scheiße. Scheiße. Nein. Das kann nicht wahr sein. Ja, okay. Ich habe ja eh schon den Goldpokal. Aber. Alter. Ich habe sogar noch gecallt. Ich habe es gecallt. Das ist so ein Betrug. Oh, scheiße, Mann. Oder? Ne, man sieht alles. Ich glaube, so gut habe ich die Kamera schon lange nicht mehr hingeschaut. Oder? So? War jetzt eigentlich nur 0,1 weiter zurückgezoomt. Aber okay. Ist ja egal. Ein bisschen muss ich noch nicht schneiden. Aber ist echt ärgerlich. Das ist hier. Das ist so kacke. Ich spiele übrigens immer mit meinem E. Ich weiß nicht, wie ich das damals auf der View wollte ich noch, dass ich wirklich jeden Charakter nutze. Dass ich dann alle Charakter mal gezeigt habe, aber ich mache das nicht. Ich bin einfach schon so eingespielt mit meinem Mi. Das ist einfach schon mein Markenzeichen beim Mario Kart. Alter. Gut, dass ich hier ein paar Items habe. Weil sonst wäre es ja ein bisschen kritischer geworden. Was kann man denn noch über mein altes Mario Kart Let's Play sagen? Okay. Am Ende die Parts sind noch relativ anschaulich. Die dürft ihr ruhig schauen. Das sagt eigentlich jeder YouTuber. Die dürft ihr schauen. Auch wenn man rein theoretisch natürlich alle anschauen darf. Ist ja klar. Aber ich empfehle euch nicht diese Parts unbedingt zu schauen. Auch wenn die jetzt vielleicht nur von der Stimme so grausam sind. Aber das muss man sich echt nicht antun. Ich habe früher schon, als ich ein kleines Kind war und ich meine Stimme in Audioaufnahmen gehört habe, meine Stimme so hart gehasst. Alter, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe nur abgewartet, bis ich in meinen Stimmbruch komme. Ich habe meine alte Kindstimme in meinen Audios gehasst. Nein, mein blauer Stachy. Du kleiner, mieser Wichser. Wenn sowas in der Art wie letzte Runde wieder drankommt. Ja, dann geht mir das aber auf die Säge. Oh, geil. Donkey Kong ausgenockt. Das ist wirklich geil. Okay, und damals haben die Videos natürlich auch nicht allzu viele Leute interessiert. Deswegen kann es sein, dass unter manchen Videos nicht mal ein Kommentar dabei ist. Das habe ich ganz selten. Meistens sind es diese Videos mit neues Discord und so. Wobei, ein Hatecom-Tage hatte ich da. Den habe ich aber dort gelöscht, weil ich brauche da keine Hatecom-Tage. Das muss ich, glaube ich, nicht erklären. Warum, wieso, weshalb. Ja, war jetzt total komisch. Aber gut. Letztes Rennen. Gut. Also, bisher hatte ich ja nicht wirklich Schwierigkeiten. Aber Donkey Kong macht mir hier schon mal das Leben zur Hölle. Ja. Voll zur Hölle. Nein. Donkey Kong, du kleiner Wichser. Oh. Ganz dreckig. Ganz dreckig. Jetzt, jetzt, ich hätte nichts sagen sollen von wegen, oh, jetzt ist er anspruchslos. Und so. Als wenn. Lava, keine Scheiße. Ach komm. Ich habe mir extra mal sogar Gedanken gemacht, nur einen Kanal zu erstellen. Nur wegen dieser alten Stimme. Ja, okay. Und wie ich da abgefilmt habe. Ich weiß, ich filme immer noch nicht wie ein Profi ab. Aber trotzdem. Alter. Da habe ich es dann nicht mal hinbekommen teilweise. Wirklich so wie heute hier abzufilmen. Das war ja grausam. Also für alle, die sich das angetan haben. Ein großes Lob. Ich hätte mir das nicht angetan. Okay, damals. Die ganz alten Abonnenten, die mussten mich so ertragen. Da habe ich auch meinen. Alter, da waren wirklich Thumbnails, die auf weißem, auf komplett weißem Hintergrund waren. Und das habe ich dann als toll empfunden. Alter, wie scheiße war ich damals eigentlich? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe einfach... Du hattest PNG-Bilder. Also so wie heute auch. Oder... Ne, das waren nicht mal PNG-Bilder. Das war ja mein Problem, dass die nicht ausgeschnitten waren, die Bilder. Alter, richtig behindert. Und da habe ich einfach immer geguckt, nach weißen, also nach Bildern, die aber auf weißem Hintergrund waren. Und dann habe ich immer versucht, die richtig skillig dann auch so hin zu platzieren. Hauptsache ein Thumbnail. Alter, die waren... Die waren aber wirklich so scheiße. Die Thumbnails. Alter, wenn die mich jetzt überholen. Wenn die mich jetzt überholen! Nein! Ich halte lieber die Fresse. Ich halte die Fresse. Manchmal schweigen wirklich Gold wert. Alter. Diese Runde. Und das auch noch auf meiner zweiten Lieblingsstrecke, oder? Erst oder zweit? Ne, Mario Kart Stadion ist schon beste. Okay, jetzt habt ihr vielleicht ein bisschen über mein altes Let's Play erfahren. Ich weiß nicht, ob ich da schon irgendwie was mit Playlist irgendwie gemacht habe. Aber es war auch ganz schlimm damals. Aber gut, sowas erzähle ich euch im nächsten Part, weil... Ja, muss ja auch irgendwie ein Anreiz sein, dass ihr wieder hier einschaltet. Mein altes Mario Kart Let's Play einfach so grauenhaft. Und nicht mal einen Stern bekomme ich hier. Okay. Nein! Nein, nicht sowas. Na gut, dann... Ciao, Leute! Ciao, Leute!